Hey Leute, wie geht's euch? Willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Wir sind wieder back mit Folge 5, sind immer noch im Arcane Special Rewatch, sind bei der Folge Ein Feind der Hohen Gesellschaft angelangt, das heißt Folge 5. Ja, so eine halbe Halbzeit, sogar ein bisschen mehr als Halbzeit haben wir jetzt. Wir sind über der Halbzeit drüber, also die Hälfte von der Folge genau ist die Halbzeit. Genau, genau. Ne, die Hälfte von der letzten Folge war doch die Halbzeit. Ne, wir haben neun Folgen, oder? Ja, wir waren doch letztens bei vier. Ja. Achso, ne, stimmt, fünf, ja, ne, hast recht. Mathe-Leistungskurs, ne? Mathe, Mathe, großer Leistungskurs, ne. Ne, wir sind über Folge 5, keine Ahnung, sag mal, wie fandest du die? Oder soll ich zuerst sagen? Hä, du hast den ersten Eindruck, du sagst zuerst. Ich stimme, ich muss zuerst sagen. Ich beeinflusse dich jetzt nicht. Äh, ich fand die richtig gut. Aber ich fand die, fand die richtig, richtig cool. Ähm, also ich hab echt Spaß an der Serie, muss ich, muss ich sagen. Äh, ich hab ja nach der letzten Folge gemeint, es war viel Teaser. Und ich bin gespannt, was da jetzt passiert. Ja. Es war immer noch sehr viel Teaser, was hier jetzt so passiert ist. Aber, also es ist cool. Es, ich hab vor allem einen Charakter mag ich jetzt deutlich mehr als vorher noch. Ähm, ja, also war eine richtig coole Folge. Okay, ich bin gespannt, wen du meinst. Also ich kann's mir vorstellen, aber, boah, den mochtest du vorher auch schon. Ja, keine Ahnung, lass mal reingehen, lass mal reingehen. Lass mal reingehen, willst du beginnen? Äh, ich kann beginnen, ja, mit einem Flashback, dieses Mal von Caitlyn. Und zwar von einem Schützenturnier, das sie vor einigen Jahren hatte. Wo sie einen recht guten Run hatte. Und, äh, dann sieht, es ist noch eine Mitbewerberin drinnen im Turnier. Oder in ihrem Run. Und die Silhouette erkennen wir schon so ein bisschen. Es stellt sich nämlich raus. In diesem Turnier ist die oberste Vollstreckerin, die wir noch vor zwei Folgen gesehen haben, die dann geuft ist in Folge 3. Die war da mit dabei. Und die sind beide dann auf das finale Ziel zugelaufen. Caitlyn schießt, trifft, aber die Vollstreckerin steht eigentlich da. Hat gezielt und hätte schießen können. Und, äh, am Ende sitzt Caitlyn dann auf der Party und, äh, hat so den Pokal neben sich. Die High Society feiert so ein bisschen. Und sie sitzt dann auf dem Balkon von diesem, ja, Landsitz von ihrer Familie. Und dort ist dann eben die Vollstreckerin und schaut alleine auf die Stadt Pelltova, äh, hinüber. Und Caitlyn fragt dann, ja, haben, haben meine Eltern sie bezahlt? Und, äh, die Vollstreckerin sagt dann, nee, nee. Ich dachte einfach nur, du hättest es verdient. Also klar, sie gibt zu, sie hätte schießen können. Aber sie wurde nicht bezahlt. Sie dachte nur, sie hätte es verdient, weil sie einen guten Run hatte. Und, äh, sie erzählt dann, sie ist Vollstreckerin. Ähm, sie beschützt die Leute. Und so Pokale sind für sie nicht wichtig. Also, was für sie zählt mit dem Umgang mit der Waffe ist, dass sie die Leute beschützen kann. Und sie fragt dann auch die junge Caitlyn, was denn für sie zählt. Oder was ihr Ziel im Leben ist. Und das scheint so ein bisschen die Vorgeschichte zu sein, warum Caitlyn Vollstreckerin werden möchte oder so. Finde ich eine coole Szene. Auch wenn sie nicht so viel jetzt zur Story edit, äh, es gibt dem Charakter nochmal so ein bisschen mehr Tiefe. Und ich finde schön, dass wir die oberste Vollstreckerin nochmal hatten. Ja, fand ich auch, fand ich auch cool. Ähm, weil vor allem, sie bekommt dann ja auch gleich nochmal so eine kurze Szene, wo wir dann in ihrem Grab stehen. Ja. Und, äh, ja, ist cool. Also, gibt vor allem halt auch Caitlyn ein bisschen mehr Tiefe. Fand ich auch nicht schlecht. Ja. Die steht jetzt aber vor allem ganz tief im Gefängnis von Peltova. Und, äh, ich weiß nicht. Also, wie so ein Erste-Welt-Gefängnis kommt mir das nicht vor. Nee. Also, sieht ein bisschen sehr, sehr dreckig und ekelhaft alles aus. Ja, das, das meine ich nicht, aber, aber haben Gefangene nicht irgendwie Rechte? Eigentlich ja, weil wir erfahren ja dann auch, dass da scheinbar, ähm, Wei, die wir am Ende der letzten Folge gesehen haben, ziemlich häufig gehauen wurde. Also, da kommen scheinbar die Wärter ab und zu mal vorbei und, äh, schlagen sie ein bisschen. Ist, ist schon ziemlich hart alles. Aber gut, damit, damit muss Wei halt irgendwie klarkommen, weil sie da jetzt einsitzt. Und sie unterhält sich jetzt auch mit Caitlyn. Es geht nämlich darum, dass Caitlyn erfahren will, wer Silko ist und, äh, wer da in der Unterwelt so wirklich... Wer das ist, weiß sie, aber was der macht. Genau, was der, was er wirklich macht und sowas. Ähm, aber Wei gibt dir nicht so wirklich Antworten. Die sagt, mach dich noch so ein bisschen über sie lustig, sagt, ja, du solltest es eigentlich wissen und ich, ich, ich sag dir das doch jetzt nicht einfach. Äh, es gibt, es gibt so ein bisschen so ein kleines Hin und Her, was dann darin endet, dass Wei sagt, ja, okay, ich, ich kann dir helfen, aber von hier drin sicher nicht. Und Caitlyn sorgt dann dafür, dass Wei freigelassen wird. Und das, es ging sehr schnell irgendwie. Auf jeden Fall bekommt sie dann irgendwie so einen, so einen Brief, so einen Erlass von, äh, Chase, der jetzt mittlerweile Ratsmitglied ist und schafft so dann, ähm, Wei rauszuhauen. Mhm. Ja. Ähm, wie lange glaubst du, ist Wei da drin gewesen? Also, so wie es jetzt für mich gewirkt hat, eigentlich seit damals. Wirkt auch so, aber es wäre schon sehr hart. Es wäre sehr, sehr krass. Und vor allem, dann, vor allem wundert mich dann auch, woher weißt sie dann, was da draußen so passiert ist? Naja, es kommen ja immer wieder Insassen hinein, die, die reden. Das, äh, ist jetzt kein so großes Geheimnis, aber das muss ja bedeuten, dass Silco, ähm, den obersten Vollstrecker, den neuen Marcus, dafür bezahlt hat, die Schwester von Jinx einzusperren, dass er Jinx leicht, leichter, äh, manipulieren kann, dass die keine Bezugsperson mehr hat. Ja, wahrscheinlich. Also, ja, weil, ja, es ist irgendwie komisch, weil er hat sie ja damals beschützt und wollte nicht, dass sie, äh, äh, wir haben wieder leichte Inhaltprobleme hier. Ich tue jetzt einfach mal so, als würde ich dich noch hören. Aha, ja, sehr interessant. Mhm. Cool. Sehr interessant, ja, sehe ich genauso. Hast du gemerkt, dass ich weg war? Ja, ich habe gerade so getan, als würde ich dich immer noch hören. Okay, stark. Ähm, ein kurzer, kurzer Internet-Disconnect, äh, deutsche Leitungen wieder gewesen. Äh, was habe ich gerade gesagt? Ah, genau. Ich habe gesagt, dass ich es merkwürdig finde, weil dieser Vollstrecker hat sie ja eigentlich damals noch beschützt vor Silco. Ja. Aber hat sie dann ins Gefängnis gepackt? Aber hat er das gemacht, um sie zu schützen? Oder hat er das gemacht, weil Silco es ihm befohlen hat? Wahrscheinlich beides. Keine Ahnung. Also ich könnte mir vorstellen, dass Silco gesagt hat, ey, uff sie mal. Ja, das meine ich, aber das könnte ich mir eigentlich auch vorstellen. Da war Gefängnis sogar fast eher Schutz. Ja. Ähm, ja, aber gut. Auf jeden Fall kommt sie jetzt los. Ey, aber die sieht dann diese Zeichnungen und die weiß sofort, was abgeht. Die rastet ja richtig aus. Das muss krass gewesen sein. Auf jeden Fall. Also sie wirkt auch hier echt relativ gruselig. Aber da gibt es so eine Linie, bei der Kältin gar nicht rübertreten darf, weil sie dann in Reichweite von Y ist und die so durch die Zellentür packen kann. Und es wirkt schon gefährlich hierbei. Ja. Ja. Willst du die nächste Szene auch noch direkt machen? Äh, das kann ich machen. Aber wir bekommen dann erstmal wieder unser krasses Intro. Und dann befinden wir uns auf der Trauerfeier für die Vollstrecke aus der letzten Folge. Da hatten wir ja den Angriff von Jinx, wo, ich glaube es waren sechs Vollstrecke, ums Leben gekommen sind. Und hier sehen wir jetzt den, äh, wie heißt der, Marcus? Marcus, ja. Marcus, der hier eine Rede hält für die Vollstrecker und sagt, ja, dass sie gekämpft haben und Helden waren und bla bla bla. Und dabei schaut ein kleines Mädchen zu, was sich, so wie ich es verstanden habe, als seine Tochter herausstellt. Ja. Mit der er dann auch über diesen Friedhof läuft und wo die dann, äh, kurz noch vor dem Grab von dieser damals obersten Vollstreckerin stehen. Was auch ein cooler Moment ist, finde ich, dass die nochmal so ein bisschen Tribut gezollt bekommt. Ähm, ja. Ja, also Marcus hat auch eine Bürde zu tragen. Ja, und du merkst auch, er beginnt so langsam, sag ich mal, nicht Fragen zu stellen, aber nicht mehr so zufrieden zu sein mit seinem Deal, den er mit Silco hat. Und das ist immer sehr gefährlich, wie wir wissen. Also, äh, es könnte in Zukunft noch zu Problemen führen und man merkt auch, er weiß, dass er in einer blöden Situation ist und dass sie eigentlich das besser gehandelt hätte. Ja, ich finde vor allem auch cool, er wurde damals eingeführt als einfach dieser, dieser nervige, übergriffige Cop. Da hatte ich damals, glaube ich, sogar noch in Folge 1 gesagt oder Folge 2 oder wo das war, sowas hat man irgendwie nicht jedem Film. Dass es dann den einen Erfahrenen gibt und der einen, der einfach nur nervig ist und sofort reinkommt und denkt, der wäre der Größte. Und aus diesem Typen hat man hier jetzt echt einen mehrdimensionalen Charakter geformt, der jetzt scheinbar eine Tochter da zur Seite gestellt bekommt, wo wir auch nochmal sehen, okay, der hat doch einen gewissen, emotionale, eine gewisse emotionale Last zu tragen und so. Also, ist schon, ist schon cool gemacht, ja. Ja, es ist ein Wahnsinn, was, was alles geht in einer Serie, wenn die Autoren ihren Job machen, ne? Ja, ist schon überrascht. Also, change my mind, aber ich finde, das ist das Minimum, was, was du so einem Side-Character geben kannst oder solltest. Also, eine Serie, die das nicht schafft, sorry, aber da, da braucht kein Autor jemals wieder einen Stift in die Hand nehmen. Ja, dann hast du gerade so 80% der Hollywood-Autoren ein bisschen beleidigt. Ja, und zu Recht auch noch. Ne, nächste Szene, um nochmal ein bisschen in die Tiefe bei Marcus zu gehen. Der sitzt jetzt bei Silco und hat so einen kleinen Ausraster. Wirft ihm an den Kopf, er musste heute sechs Vollstrecker beerdigen. Und das, da wurde eine Grenze überschritten und Jinx ist zu weit gegangen. Und es würde allen einen Gefallen tun, wenn er Jinx einfach wegsperren könnte, weil sie ist wahnsinnig. Und in der Oberstadt in Peltova geht es wieder rund. Die brauchen jetzt wieder einen Sündenbock wie damals, als das Haus von Chase Tellers oder die Wohnung von Chase Tellers in die Luft geflogen ist. Und Silco versucht ihn noch so ein bisschen zu beruhigen, gibt ihm dann so einen Geldbeutel. Finde ich auch interessant, dass selbst große Summen in Peltova mit Münzen bezahlt werden. Also da muss es ja richtig wertvolle Münzen geben. Aber, ja, versucht dann ihn zu beruhigen und sagt, ja, die Firelights, schon eine Plage. Also überfallen meine Lieferungen und sprengen dann noch ein Haus in die Luft. Und sie versuchen jetzt die Firelights als Sündenböcke aufzubauen. Aber du merkst schon, er kommt so langsam in dieselbe Situation, in der Wenda damals war, wo ihm das alles so ein bisschen um die Ohren fliegt. Und wo er schauen muss, dass er seine Leute und auch die Leute in der Oberstadt so ein bisschen zufrieden hält. Und, ja, mal sehen, wie das noch läuft für ihn. Genau, bin ich auch gespannt. Ich finde ihn echt cool, aber ich finde ihn echt interessant. Ich bin auch gespannt, was es mit seiner Tochter dazu bedeuten hat. Ob sie einfach nur da ist, um zu zeigen, okay, der Typ hat doch ein Privatleben und was zu verlieren. Oder ob er da wirklich noch was verliert. Und weiß ich nicht, Silco, die am Ende uft, entführt, was auch immer. Bin ich gespannt drauf. Wir faden jetzt aber mit einem coolen Rauchring von Silco zu Chase und Victor, die hier gerade in ihrem Labor ist. Oder was auch immer. Was ist das? Ich will eine Sache noch zu Silco sagen. Also das, was die da bauen, sieht aus wie ein Reaktor. Aber eine Sache zu Silco noch. Du merkst immer wieder, es haben ihm schon mehrere Leute gesagt, Jinx ist ausgerastet, die ist unberechenbar. Es wäre gut, wenn die zurückgehalten wird. Und das ist für ihn eine rote Linie. Da liegt Silcos Schwäche. Der kann Jinx nicht zurückhalten oder will sie nicht zurückhalten, weil er sie zu gern dafür hat. Genau, so sieht es aus. Wird auch gleich noch wichtig. Aber ja, wir befinden uns jetzt in diesem Reaktor oder was auch immer das ist. Und da steht jetzt gerade Victor, der sich da anschaut, wie diese Hextech-Steine da verarbeitet und irgendwie gelagert werden. Und spricht davon, dass er sehr genervt ist von der aktuellen Situation. Denn er will den Menschen helfen. Er will vor allem den Menschen aus der Unterwelt helfen, weil er da ja auch herkommt. Und will halt, dass ihre Erfindungen, die wir in der letzten Folge gesehen haben, endlich öffentlich werden. Aber Heimerdinger hat da ja sein Veto eingereicht. Und Chase ist da mitgegangen. Deshalb ist es nicht möglich. Und dann gibt es so, das ist ja ein wirklicher Streit. Das ist eine Diskussion zwischen den beiden, wo es dann heißt, ja, wir müssen eigentlich und hin und her. Aber Victor will halt unbedingt jetzt öffentlich machen. Chase ist noch dagegen. Dann kommt auch noch hier Marcus dazu. Und Victor möchte unbedingt, also er ist genervt, dass Chase jetzt den Ratskram macht. Sondern er möchte mit der Hextech Dinge erfinden, die der Unterstadt helfen, vor allem. Genau. Aber Marcus ist jetzt halt mit... Ich glaube auch, also das, wo sie drinstehen, ich glaube, das ist das Hextgate. Das ist dieses Schnellreise, dieser Schnellreiseturm. Das kann sein, ja. Ja, und Chase ist halt sehr mit Ratsdingen beschäftigt. Unter anderem gibt er dann auch Marcus die Anweisungen, viel, viel stärkere Grenzkontrollen zu machen. Und gegen Korruption vorzugehen. Und sehr, sehr viele Dinge, die in Peltowa scheinbar falsch laufen, zu richten. Ja, aber das sind scheinbar so Dinge, die man einfach so laufen lässt als Ratsmitglied. Das erfahren wir gleich. Deswegen ist Marcus da auch so ein bisschen, soll ich jetzt wirklich und müsste das nicht eigentlich mit den anderen Ratsmitgliedern abstimmen? Aber Chase sagt, nein, mach das jetzt. Und ja, das hat Folgen. Sehen wir gleich. Er hat eine Liste mit Waren zusammengestellt, wo die Papiere anscheinend nicht untersucht werden seit Monaten. Und die sollen jetzt alle beschlagnahmt werden. Und da soll bei so ein paar Leuten vorbeigeschaut werden auch. Genau. Viktor hat noch so seinen kleinen Auftritt. Stimmt. Er hat noch, Viktor hat hier jetzt so eine kleine Vision, Psychose, was auch immer. Also der schaut da so runter in diesen Kern, wo die ganzen Hextag-Scheine sind. Und weiß ich nicht, ihm wird so schwindelig und es zieht sich so zusammen und es ist wie so einen kleinen Rausch, den er da hat. Er ist halt auch immer noch krank, also er hustet da Blut und so. Aber es stellt sich dann später so, er beschreibt das als eine Vision heraus. Und dann sagt er auch schnell, ich muss ins Labor und dann zieht durch. Ja, aber ihm geht es sichtlich, gesundheitlich nicht sehr gut. Ist eine Sache, die noch interessant wird, aber wir gehen erstmal zu Jinx, wenn du dazu nichts mehr zu sagen hast. Und die Szene ist, ich könnte mir vorstellen, dass du ein Problem mit der Szene hast, aber ich finde die richtig gut. Also die ist wieder ziemlich heftig. Denn sie soll jetzt für Silco es schaffen, diesen Magiekristall nutzbar zu machen. Und sie hat auch das Notizbuch von Chase Telles geklaut, während sie den Magiestein geklaut hat. Und versucht jetzt, das Ganze zu entschlüsseln und baut da nach Anleitung so ein kleines Gerät, das eben angetrieben werden soll durch diesen kleinen Stein, das man dann auch einschalten kann. Und ja, das versucht sie einzuschalten, aber kriegt es nicht unter Kontrolle und es setzt auf einmal richtig viel Energie frei. Und da bekommt sie dann wieder solche Flashbacks zu der einen Nacht, als sie diese Bombe gezündet hat als Kind, die Wende, Milo und Klecker geuft hat. Wo es diese Hextech-Kristall-Explosion gab, mit demselben blauen Licht, dieselbe Druckwelle, alles gleich. Wo sie dann so einen kleinen Zusammenbruch bekommt und sagt, ich wollte das nicht oder irgendwie so. Und zu weinen beginnt und sich einfach nur zurückzieht in ihre Propellerhöhle, in was auch immer sie da hat. Und ja, einen Nervenzusammenbruch bekommt. Ja, also die Szene fand ich sehr, sehr wichtig einfach, weil bisher wirkt halt Jinx übertrieben herzlos und einfach nur pur verrückt und so. Aber da bekommen wir nochmal so eine kleine Erinnerung, woher das kommt. Und dass sie ja auch immer noch diesen sehr, sehr verletzlichen Kern hat, fand ich, war eine Szene, die sehr wichtig ist. Aber was für ein Problem soll ich damit haben? Dass sie sowas bauen kann mit dem Hextech-Zeug. Ja gut, sie hat ja die Mitschriften. Ja, okay. Da haben sie nur so ein, zwei Leute, haben sich da aufgeregt, aber ja. Okay, nee, aber ich fand's okay, weil sie hat ja wirklich dieses Buch von Chase da offen. Also es ist das Buch von Chase, oder? Ja, ja. Das sieht zumindest so aus. Ja, und deswegen finde ich's okay. Ja. Nochmal zum Thema Charaktertiefe, dass sie jetzt wieder so ein paar mehr Details bekommt. Auch hier wieder. Ich finde, das sollten wir nicht loben müssen. Ja, ja gut, man denkt immer, es ist so selbstverständlich, aber so eine Serie zu schaffen, wo wirklich jeder eine gewisse Charaktertiefe bekommt, du trotzdem Spannung drin hast und das alles zusammenzukriegen, ist nicht einfach. Also Serien, ich geb dir noch einen Hot-Tag. Serien, wo Figuren, also jede Serie sollte jeder Figur, die über, ich sag mal, 15 Minuten Screentime hat, mindestens ein bisschen Tiefe geben. Eine Serie, die das nicht schafft, auch da wieder sollten Autoren nie wieder einen Stift in die Hand nehmen. Ja, sollte, aber weiß ich nicht. Es geschieht hier und ich bin froh, dass es passiert. Mich freut's auf jeden Fall. Ja. Ja. Nächste Szene. Wir kommen rüber zu Vi. Die ist jetzt zum ersten Mal endlich wieder draußen seit, wir wissen nicht wie lange, aber auf jeden Fall seit sehr langer Zeit. Und die machen sich dann auf den Weg in die Unterstadt. Und Caitlin will die einfach mit so einem Zug oder irgend sowas fahren. Aber Vi nimmt da ihre alten, bewährten Methoden und springt einfach so eine Schlucht runter, wo dann so Häuser stehen und packt die krasssten Parcours-Moves aus und sagt zu Caitlin so ziemlich, ja komm halt hinterher, wenn du's schaffst. Und Caitlin probiert es und ey, die Szene fand ich cool, weil man hätte es auch so machen können, dass Caitlin das einfach easy schafft und da hinterher geht und einfach nur genervt dabei ist. Aber Caitlin schwitzt wirklich da, um ihr Leben irgendwie hinterher zu kommen und hat fünfmal Todesangst und versucht da irgendwie diesen Parcours mitzumachen. Sie schafft es am Ende, aber ist sehr genervt und hat auch zwischenzeitlich so ein bisschen Angst. Und ja, in der Zeit, bis Caitlin dann noch da ist, boxt Vi erst mal so zwei Schläger auf der Straße, die sie eigentlich so komisch angemacht haben, aber halt die Rechnung ohne ihre Boxskills gemacht haben. Und ja, dann haben die ein paar neue Outfits für die Unterwelt und es geht auf die Suche. Ja, und sie hat hier, also die rote Jacke passt schon zu ihr, oder? Passt schon gut, ja. Passt schon gut. Einfach geklaut von jemandem, der sie eigentlich verprügeln wollte. Ist auch ein Move. Und dann noch in die Mülltonnen gestoppt. Muss man erst mal so machen. Ja, aber auch hier, wir schneiden wieder zurück zu Chase und Victor, die im Labor sind. Und zwar haben wir dort jetzt Victor, der auf eine Idee gekommen ist, nämlich die Hextech scheint nicht nur so zu funktionieren, wie sie es bisher verwendet haben, dass sie einfach Runen anordnen, um gewisse Effekte zu bekommen, sondern er hat sich da erinnert an so eine alte Geschichte, die man über die Magier erzählt, die gesagt haben, dass das Arcane durch sie gesprochen hat. Und daraus hat er jetzt gefolgt, dass das Arcane sich selbst anpassen kann. Was bedeutet, das Arcane hat eine Art von Intelligenz und die kann man irgendwie nutzbar machen. Er weiß aber noch nicht wie und so ganz ungefährlich ist das auch nicht. Und ja, man merkt auch hier, er ist wieder voll drinnen, also so besessen am Arbeiten wie eh und je, dass sich sogar Chase mittlerweile beginnt, Sorgen zu machen. Ähm, aber ja, Victor möchte über Nacht im Labor bleiben und ist da anscheinend etwas auf der Spur. So sieht's aus. Ähm, Victor finde ich richtig cool. Aber ja, kommen wir gleich, vielleicht hat er noch seinen Moment da gleich. Ähm, erstmal sitzen jetzt Vai und Caitlin in der Unterstadt bei so einer Imbissbude und essen da Fisch, Oktopus und irgendwelche anderen Sachen, die irgendwie... Alles, was man aus dem giftigen Fluss ziehen kann. Genau. Und auch gekocht von so einem Typen, der... Also ich würde mich jetzt vielleicht nicht unbedingt von ihm bekochen lassen, aber gut. Ähm, er könnte auch aus so einem, aus so einem, äh, Fluch der Karibik-Film kommen. Er ist aber glücklich, kocht denen ein bisschen was. Caitlin hat nicht so Bock, da mitzuessen. Und, ähm, die bekommen aber zumindest so einen, so einen Tipp von ihm dann zugesteckt am Ende. Wo dann, ja, wo sie, wo sie den nächsten Hinweis bekommen, wie sie an Hinweise kommen. Aber die finden sich da noch so ein bisschen zurecht. Ja. Aber wir merken schon, Caitlin und Vai haben so ein paar Diskussionen schon, weil es halt darum geht, will Vai hier jetzt wirklich helfen oder wolle sie einfach nur aus dem Gefängnis raus? Ja. Ähm, hast du schon eine Idee, ob sie ihr wirklich helfen möchte? Boah, ich glaube nicht wirklich. Also, bisher wirkt sie jetzt nicht so, als würde sie richtig helfen wollen. Sie will halt zu ihrer Schwester wahrscheinlich. Ja. Ich glaube, das war's. Okay. Ähm, ja, okay. Sehen wir, sehen wir in einer der nächsten Folgen. Aber, wir kommen jetzt zu einer Szene und die will ich dich gleich beschreiben lassen. Aber cinematisch ist das, glaube ich, eine der besten Szenen, die es gibt auf diesem ganzen Planeten. Das ist ein harter Call. Aber die ist echt gut. Die gefällt mir richtig gut. Die ist richtig cool inszeniert. Aber, okay, machen wir. Ist ein Call, aber geh mal durch. Wir schneiden in die Oper. Oder sowas ähnliches wie die Oper. Ähm, es ist so ein Konzertsaal, wo gerade so ein Mann unten steht und so eine Mischung aus Geige und noch irgendeinem Instrument spielt. Also, es ist eigentlich eine Oper, wo einfach ein Typ Geige spielt. Aber wir sehen, oben auf diesen Logenplätzen sitzen die ganzen Ratsmitglieder. Wir schneiden hoch zu Chase und, ähm, Name? Mel Medada. Mel, genau. Ihren Namen vergesse ich immer. Zu Chase und Mel. Und die beiden unterhalten sich da. Und da geht es dann darum, was Chase in seiner kurzen Amtszeit als Ratsmitglied alles schon angerichtet hat. Denn der hat halt, wir haben es ja eben schon erfahren, diese ganzen neuen Regeln und die ganzen neuen Kontrollen, ähm, angewiesen. Und davon werden halt vor allem diese ganzen sehr, sehr reichen Ratsmitglieder stark geschädigt. Also, da gibt es diesen Typ, der die Nüsse gegessen hat und der andere mit der Halbglatze. Die, äh, sind scheinbar große Fans von so Wein, den die aber immer so, so illegal reinkriegen, was jetzt nicht mehr funktioniert. Dann ist da unten auch so eine reiche Dame, die scheinbar immer wichtige Geschäfte macht, wo sie dann keinen Zoll bezahlt oder irgend sowas. Was jetzt aber auch nicht mehr gut läuft. Und die alle haben so Probleme mit Chase neuen Maßnahmen. Und, ähm, Mel meint dann halt zu ihm, ja, du solltest halt überlegen, dir mal Unterstützer zu suchen. Und wenn du einfach jetzt so durchziehst, funktioniert das nicht, weil dann machst du dir nur Feinde. Und das Ganze endet dann darin, ich skippe jetzt mal den kurzen Zwischenteil, wir sind bei Jinx zwischendrin. Ja, es gibt das, macht die Szene mal durch. Ja, ähm, dann bekommen wir halt so eine Szene, wo diese reiche Dame, die ich eben erwähnt habe, da hochkommt und mit Chase verhandelt. Und Chase schreitet dann so ein bisschen ein und sagt, ja, hier, ich biete ihnen eine krasse Partnerschaft an, eine Hextech-Partnerschaft. Und, äh, bei allen neuen Erfindungen profitieren sie am meisten, aber sie müssen mich halt so ein bisschen unterstützen. Er sucht sich auf jeden Fall Verbündete. Und das Ganze wird musikalisch untermalt von diesem Mann, der da unten Geige spielt. Und dann bekommen wir so eine kleine Montage daraus, wie der Typ halt unten Geige spielt. Und die Musik steigt immer weiter an, halt so dramatisch steigt die Musik an. Und er spielt, glaube ich, auch so einen Sturm und sowas. Also so eine richtig epische Szene, die der Typ da unten spielt. Und wir schneiden halt immer wieder bei Chase hin und her, wie der mit den ganzen Ratsmitgliedern und reichen Menschen da verhandelt, denen die Hand gibt und sich Unterstützer sucht. Ähm, ja, also ist sehr, sehr cool gemacht. Es sind, wir haben hier gerade Politik. Also das kennen wir aus Star Wars, das kennen wir aus vielen anderen Serien. Politik ist immer nicht so einfach darzustellen. Und bei Politik musst du immer einen Weg finden, wie du uns das inhaltlich möglichst gut vermittelst, ohne dass wir ein 10-minütiges Gespräch bekommen, wo einfach über Politik geredet wird. Und das wird hier sehr stark gemacht, weil wir bekommen halt das Gespräch mit Mel und Chase, wo wir die Grundlage bekommen. Und alles andere wird durch cinematische Tricks mit halt diesem Geigenspieler da unten sehr schnell und komprimiert zusammengepackt. Spannung ist aber trotzdem da, da wir halt diese ansteigende Musik haben. Funktioniert sehr gut, finde ich. Also ist richtig, richtig cool gemacht. Ja. Also Politik kann ein richtig dreckiges Spiel sein. Und Chase ist hier jetzt, also wollte das eigentlich gar nicht. Macht Mel auch Vorwürfe, dass er nie hätte in die Politik gehen sollen und dass sie ihn dazu getrieben hat. Aber sie bringt ihn dann so ein bisschen dazu, ne, spiel das, spiel doch mit, du kannst das. Du hast hier jetzt dir die Leute zum Feind gemacht, die alle nur darauf warten, eigentlich dir die Hextech, die Kontrolle darüber wegzunehmen, weil du ihnen eben ans Bein gepisst hast mit den Kontrollen. Also die reiche Händlerin da sagt auch, sie hatte in der Früh Vollstrecker vor der Tür und dass sie das nicht so toll fand. Und ja, also Chase beginnt hier, wie du gesagt hast, in jeder Loge vorbeizuschauen und das Spiel dann mitzuspielen und ist dann bereit, denen Zugeständnisse zu machen dafür, dass sie ihn unterstützen und sich so ein bisschen mehr Sympathien aufzubauen, worin er ja jetzt an seinem ersten Tag jetzt nicht ganz so geglänzt hat. Und was ich auch cool finde, er schaut bei Heimerdinger zwar nicht vorbei, den muss er nicht mehr überzeugen, aber Heimerdinger geht richtig ab zur Geige. Der feiert es richtig, Mann. Er feiert es richtig. Das ist echt geil. Und wir schneiden währenddessen, muss man auch sagen, immer wieder hin und her zwischen der Szene, über die wir gerade gesprochen haben, mit dem Konzert und dem Politik-Kram und Jinx, die wieder diesen alten Gaming-Keller von denen besucht, wo der Boxautomat, das Shooter-Spiel und alles Mögliche drin ist und sie dort anscheinend das erste Mal wieder hingeht seit, ja, Folge 3, 2, keine Ahnung. 2, glaube ich. 2, ja. 3, ja. 3, 2, Ja, ich nenne es mal Gehirnglitches, wo sie so ein paar Szenen aus ihrem Leben wieder durchlebt mit ihrer Schwester und dann richtig aggressiv auf diesen Boxautomaten losgeht. aber der Highscore steigt und steigt und steigt bleibt aber einen vor dem obersten von Wei stehen das heißt Jinx belegt legendär den Platz 2 und Wei droht noch immer über ihr genau so sieht es aus, symbolisch eine sehr sehr coole Szene finde ich also ich bin echt gespannt wo die ganze Reise mit Jinx endet wird schon sehr stark aufgebaut ja wir haben dann auch noch so einen kleinen Moment wo Wei und Caitlin beim letzten Tropfen da nochmal ankommen und da vorbeischauen und merken oh das ganze ist jetzt scheinbar zu so einer Art Nachtclub geworden und es ist halt nicht mehr dieses schöne Zuhause was Wander, Wei und Co. geboten hat und dann jetzt muss ich gerade gucken dann haben wir halt das Ende von der Szene von eben ah genau dann geht es ins lass ich überlegen wie wir es werbefreundlich ausdrücken in den Lustschuppen geht es dann was hast du gesagt? das hört sich Lustschuppen Maishaus hört sich aber noch wärmefreundlicher an nennen wir es Maisschuppen da gehen wir jetzt auf jeden Fall rein da gehen Caitlin und Wei gehen da rein um halt Informationen zu besorgen da wird dann auch so ein bisschen überlegt wie die wie die Infos besorgen können und Wei gibt Caitlin so eine kleine Lehrstunde weil die scheinbar immer einfach Infos und Dinge haben will ohne dafür bereit ist etwas zu geben oder etwas dafür zu tun und ja sie sagt ihr hier jetzt so indirekt so ey wir sind hier in einem Maisschuppen und du siehst ziemlich gut aus zähl eins und eins zusammen du kannst hier ein bisschen was geben um Infos zu bekommen und lässt sie dann auch zurück und geht ins Hinterzimmer zu der Chefin des Ganzen was diese oder die diese Gnom-Zwergfrau da ist die wir aus der ersten Folge noch kennen aus dem Establishing-Shot und die gibt ihr jetzt hier den Tipp ja hier Powder Powder ne sie weiß nicht was mit Powder und so ist sondern sie sagt nur zu ihr ja einer von Zirkos Leuten oder eine von Zirkos Leuten ist hier Stammgast ich kann dir sagen wo die ist und ja so bekommt Wei ihre Infos und Caitlin lernt so ein bisschen dazu und beschafft sich darin auch ihre Infos nicht nur nicht nur boah ich hab's versucht zurückzuhalten nicht nur ein eine Handlangerin von Silko sondern nicht die rechte aber die linke Hand sagen wir es mal so ich finde die ganze Szene hier auch wieder also sie geben sich auch hier wieder cinematisch sehr viel Mühe indem sie ja Wei so ein bisschen ja sie sie drängt Caitlin so ein bisschen in die Ecke fragt dann auch was darf es sein Mann oder Frau und ja sie packt dann wirklich irgendeinen Besucher dort und sagt dann hier red doch mal ein bisschen mit der und ja ich würde nicht sagen verkuppeln aber besorgt Caitlin so ihren ersten Kontakt und auch hinten im Zimmer man denkt eigentlich oder könnte denken es ist jetzt nur irgendeine irgendein random NPC der hier Informationen geben soll aber diese eine Dame die tatsächlich nur in einem einzigen dämlichen Establishing Shot war ist bekommt ja auch im Gespräch ziemlich viel Charakter also Wei wirft ihr vor dass keiner wirklich etwas getan hat um gegen Silco ja sich zu wehren und die Dame sagt dann nee es hat ein paar gegeben aber Silco ist zu mächtig also wer gegen ihn war den hat er entweder gekauft oder die die hat er irgendwann besiegt ähm und gibt dann die Informationen raus und Wei sagt dann auch ich schulde dir was und wie sie dann raus ist sagt die Dame nur noch ja dafür nicht also selbst hier mit so ein paar Sätzen bekommt die auch Charakter also wir merken sie ist wahrscheinlich eine von denen ähm nichts sagen nichts hören nichts wissen äh einfach in Ruhe das Business machen unter Silco aber eigentlich kein Fan von ihm ist genau so sieht's aus ähm ist eine coole Szene ist auf jeden Fall äh eine coole vor allem auch finde ich die 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 ganze die ganze Sache mit Catelyn finde ich auch interessant weil ihr wird ja immer wieder vorgehalten dieses ja du kommst aus reichem Elternhaus deswegen äh bist du verwöhnt und kennst das Wort nein nicht und sowas das hat immer so hat immer so geklungen als wäre das so reiner Hate und reines Mobbing von den anderen oder reiner Neid aber hat scheinbar schon einen wahren Kern weil Weih halt auch nochmal sagt ja du musst halt schon was dafür tun um Infos zu bekommen oder um das zu bekommen was du willst und das lernt sich jetzt so ein bisschen weil sie es halt vielleicht von zu Hause ja nicht so sehr kennt ähm ja ist schon cool ist schon interessant ja was ich auch witzig finde wie unbeholfen äh Caitlin da am Anfang ist und irgendwas von ihr von irgendwelche Urgroßmutter redet oder so also ja schon schon eine witzige Szene aber wie Weih dann zurückkommt redet sie tatsächlich mit so einer Frau und das scheint anscheinend ziemlich gut zu gehen also sie sie hat langsam aber doch äh kommt sie hinter so ein paar Sachen ähm ja damit werden wir aber entlassen in Silcos Büro und dort ist Marcus jetzt schon wieder und der bekommt jetzt von Silco eine ja Granate die Jinx gebaut hat und soll die bei einer Durchsuchung von den Firelights äh ja sagen wir mal finden also ein paar äh Beweise deponieren und äh wir merken Marcus hat da eigentlich keinen Bock mehr drauf und macht das nur widerwillig ähm er hat auch so eine so eine Art äh Vorstellung sag ich jetzt mal wie er selbst den den Zünder zieht und und sich mit Silco in die Luft sprengt und äh ja sieht ziemlich heftig aus aber er geht dann raus macht das noch aber Silco sitzt da und sagt dann ja der der springt ab er merkt schon der äh der Sheriff bekommt da so ein paar äh ja hat hat nicht mehr so richtig Bock und äh schaut da nach oben denn in den in den Dachbalken sitzt wieder Jinx und äh ja sagt hey die die Leute springen hier langsam ab die Leute beginnen Fragen zu stellen äh wie weit bist du mit diesem Stein wenn wir brauchen diesen diesen Stein unbedingt diesen äh Hextech äh diesen Hextech-Kristall wenn wir den haben dann dann äh haben wir gewonnen dann kann uns keiner mehr was aber Jinx verzweifelt so ein bisschen daran und und äh kommt nicht dahinter äh ja ja also gerade alle so ein bisschen gestresst genau ähm die Lösung für dieses Problem gibt es ja ja gleich oder die in Anführungszeichen Lösung erstmal kommen wir jetzt zu einer Szene die ist verrückt die habe ich irgendwie so nicht erwartet ich habe auch nicht ganz verstanden was die uns mit der einen Sache da sagen wollen aber wir schneiden jetzt rüber zu Chase so ein Blümchen oder meinst du das mit äh das andere das andere okay wir steigen da jetzt rüber zu zu Mel und Chase und äh die beiden stehen da oben auf irgend so einem Balkon oder sowas und äh sprechen miteinander und Mel sagt noch ja hier hast du ziemlich krass gemacht anders hast du alles richtig gut organisiert da vorher in der Oper und ähm die ja sprechen so ein bisschen über über das klassische Zeug und das Ganze endet dann darin dass ähm Mel Chase küsst und du hast gerade schon gesagt Bienchen und Blümchen Action zwischen den beiden passiert ja interessanter ist aber was parallel dazu geschieht denn wir bekommen dann daraus so eine kleine Montage also wir sehen einmal was was Chase und Mel da so machen und sehen parallel was bei Victor abgeht der sitzt nämlich immer noch im Labor und wir sehen auch da ist diese eine Laborgehilfin die eigentlich gerne mit ihm nach Hause gehen würde und oh das Leben ruft ihn aber er will nicht zum Leben er will in seinem Film in seinem Labor bleiben und äh forscht da weiter ja aber seine Forschungen gehen nicht so voran wie er möchte es läuft nicht so gut und er bekommt dann wieder so einen seiner Anfälle also er hustet und hustet dann wieder Blut und bricht zusammen und dieses Teil was er da auf dem Tisch hat da ist so ein Hextech-Stein der so der mit so mit so Runenteilen umgeben ist so und da beginnt dann irgendwie sein Blut was auf dem Tisch ist zu schweben und wird da reingezogen und dann sind wir irgendwie in so einem komischen Weltraum artigen Visionsteil wo wir dann immer noch die Silhouette der Bienchen und Blümchen Sache von Mel und Chase sehen ich hab keine Ahnung was mir das sagen soll ist eine ganz ganz weirde Szene die cinematisch zwar cool aussieht aber ich weiß nicht ein bisschen merkwürdig ist also der der Hextech-Kristall hat hat das Blut von von Victor hier aufgenommen und was Victor versucht die ganze Zeit ist den Hextech-Kristall dazu zu bringen unabhängig zu aktiv zu werden dass der so ein paar ja Dinge selber hinbekommt oder so ein bisschen offenbart was er alles kann aber ja er bricht eben am Schreibtisch zusammen auch die Assistentin die da eigentlich gefragt hat ob er sie noch mit nach Hause begleiten möchte oder ob sie ihn nach Hause begleiten soll ist ist eigentlich eine recht nette Szene aber wie du gesagt hast Victor komplett in seinem Film auf der anderen Seite nach dem Ganzen bekommen wir wieder Jinx und Silco übrigens falls du dich fragst was das sollte ich hab keine Ahnung es sieht cool aus ich hab gedacht es kommt eine Erklärung aber okay keine Erklärung sieht cool aus so krass bin ich dann auch nicht in der Lore von Arkane drinnen oder League of Legends dass ich weiß was da jetzt abging aber der Stein scheint sich so ein bisschen mit dem Blut verselbstständigt zu haben und das irgendwie aufzunehmen also irgendeinen Sinn wird das schon haben auf der anderen Seite im giftigen Fluss haben wir jetzt Silco und Jinx und Silco erzählt Jinx wieder oder weil er bemerkt hat Jinx hat so ein paar Probleme mit bei mit den Gedanken an die Vergangenheit und so weiter und er geht dann nochmal hin und will ihr so eine Lektion erteilen dass er damals ja dass dass er damals was im Fluss dort erlebt hat und Jinx ist dann dort und so ja ja hast du mir schon hundertmal erzählt wenn da war nicht der Typ für den ich ihn gehalten habe und Jinx also Silco verrät dir dann aber noch etwas und zwar damals das Gefühl dass er verraten wurde das war das was ihn dann so stark gemacht hat denn daraus wird ein ja wird ein mächtiges neues oder wurde ein mächtiger neuer Silco geboren und das hätte jetzt auch gerne das mit Jinx passiert also sie soll Wei vergessen das wird sie stärker machen und wird alles für sie einfacher machen und taucht sie da so ein bisschen symbolisch unter und ja wir schneiden auf einen recht witzigen Shot von den Imaging Dragons in in Arcane das ist so geil also es war ja schon cool dass Jinx zu ihrem eigenen Theme Song abgegangen ist aber ja das war krass also ich hab auch so gedacht hä ist die Folge jetzt vorbei ist das jetzt irgendwie die sind es die Credits aber ne wir hören dann einfach wie Anime dieser Intro Song der Serie da live von der Band performt wird und wir sehen die auch richtig animiert also ich kenne die jetzt nicht so gut aber ich glaube das sind halt die Bandmember sein ja und ja die performen da jetzt einfach so einen Song ist cool sind aber unterstadtmäßig ein bisschen verändert worden mit Tattoos und allem möglichen genau also sieht schon echt cool aus ja das führt uns dann zu der Kampfszene aber bevor die Kampfszene passiert genau haben wir jetzt hier noch Markus der eine kleine Zwischenszene bekommt wie er so an seinem Schreibtisch sitzt und über die ganze Situation nachdenkt und dann auch so dieses wir haben dann auch so ein gemaltes Bild von ihm und seiner Tochter also er hat irgendwie halt Druck und Angst um seine Tochter und ja mal gespannt wo das mit Markus hingeht ja noch interessanter glaube ich für dich Viktor oder Viktor ja also weil da haben wir jetzt wir sehen Mel wacht allein in ihrem Bett auf Chase ist weg denn Chase sitzt neben Viktor im Krankenhaus und der der liegt da jetzt mit so Beatmungsgerät und so den Schläuchen da in der Nase und so das ist eine kleine Sauerstoffmaske ja meine ich doch und Chase sagt ja auf jeden Fall zu ihm so ja Viktor nein die Ärzte meinen du hast nicht mehr lange und also die Ärzte meinen das wird irgendwie nichts mehr Viktor fragt dann noch wie lang noch aber wir hören die Antwort von Chase nicht ich bin also Viktor für mich bisher einer der interessantesten Charaktere überhaupt also ich weiß ich bin gespannt wo das mit Viktor hingeht ob der jetzt gerettet wird durch Magie ob der jetzt uft aber irgendwas hinterlässt ob der noch irgendwie mit Silko zusammenarbeitet und mit Schimmer überlebt was auch immer ich bin aber echt gespannt was mit Viktor jetzt passiert mit Silko zusammenarbeitet und mit Schimmer überlebt ist auch eine Theorie wer wer weiß also gäbe doch viele Möglichkeiten er könnte Silko ja kennen er kommt ja aus der unter stadt ja es gibt schon viele Möglichkeiten also möglich wäre es ich kann aber alle Dinge weder bestätigen noch verneinen sagen wir es mal so ok ich bin gespannt ja bist du noch zum Kampf du lagst immer so ein bisschen aber egal wir tun einfach mal so die ganze Zeit hören ja wir kommen zum Kampf und zwar Wei findet jetzt die ja linke Hand von also linke Hand müssen wir gleich dazu kommen aber linke Hand von Silko die in so einer Straßenecke sitzt und ja Glücksspiel so ein bisschen spielt und gerade gewinnt und ja anscheinend gerade die Münzen aufsammeln möchte und während sie das möchte einfach ein Knie in die Fresse bekommt und der Shot war so der 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 tut so gut der Shot der ist echt geil ja der ist echt richtig cool ja ja es ist nämlich Wei die ihr volle Wucht in die Fresse gesprungen ist mit Anlauf und Absprung ja und es kommt jetzt ein bisschen zum Faustkampf also Wei will sie so ein bisschen vermöbeln und sagt dann ja Verräterin Verräterin drückt sie an die Wand dreht ihr den linken Arm anscheinend auf den Rücken von dem man bisher davon ausgehen hätte können dass sie den ja gar nicht mehr hat weil das ist ja der der sich aufgelöst hat in dieser Explosion damals und der seitdem unter so einem Poncho ist und wir sehen jetzt das erste Mal was darunter ist nämlich wirft ihr den Poncho ab und wir sehen dann da ist ein maschineller Arm in dem überall Schimmergefäße drin sind wo durchgehend Schimmer durchgepumpt wird und ja der der da ihr hilft im Kampf der sie so ein bisschen krasser macht ja und wir bekommen jetzt hier einen krassen Boxkampf mit allem wo Wei noch versucht mit ihr zu sprechen und fragt wo hat er meine Schwester wo hält er sie gefangen und Ende vom Lied ist sie fixiert die Dame ich weiß jetzt nicht wie sie heißt auf dem Boden und sie sagt dann ja nee also was für Gefangenheld sie arbeitet jetzt für ihn er liebt sie wie eine Schwester und bei den Worten rammt sie Wei ein Messer in die Seite und Wei wird gerade noch so von Caitlyn gerettet die mit einem Gewehr auf die Dame schießt die aber fliegen kann und ja wir haben noch so eine kleine nette Szene wo weil Wei nennt Caitlyn hier die ganze Zeit Cupcake also schon seit diesem Mais Schuppen und Caitlyn sagt dann ja hör auf mich so zu nennen aber Wei ist so ein bisschen ja sagen wir mal benommen von dem Ganzen und sagt dann ja aber ich mach das weil du so süß bist wie ein Cupcake ist auch eine recht witzige Szene und vor allem was danach passiert der Abspann sag ich jetzt mal Jinx bekommt es hin diesen Kristall nutzbar zu machen wir sehen die Runen die herumfliegen aber ja das viel wichtigere ist das was bei Silco passiert nämlich auch die Szene ich finde es wirkt alles so organisch weil die Charaktere einfach alle einen Charakter und eine Art sich zu verhalten haben die die Eigen ja immer besonders ist und zwar kommt die linke Hand von Silco jetzt in das Büro mit so einem ja angeschossenen und zerstörten linken Arm wo überall so Schimmer raustropft und sie ist auch nicht mehr also blutet überall Verletzungen wahrscheinlich und geht so in diesen Raum tropft dort mit Schimmer rum und Silco schaut nur so durch einen Spiegel und sagt ihr ja du versaust mit dem Boden also so ganz trocken einfach du versaust mit dem Boden und ja die Dame sagt dann Weiß wieder da und das ist dann der Moment wo Silco dann ja das nächste große Problem hat denn die Schwester von Jinx ist von den Toten auferstanden und wenn die rausfindet dass die Schwester noch lebt Halleluja und damit Roll Credits genau damit ist die Folge durch und das ist ein spannendes Ende also die Serie schafft es gut einen nach jeder Folge auf die nächste Folge zu hypen ja das das merke ich persönlich wenn ich normal Serien schaue sag ich mal achte ich da nicht so drauf ich achte immer nur drauf wenn ich warten muss aber das habe ich ja entweder jetzt hier wenn wir so aufnehmen wie wir es aktuell machen oder bei den wöchentlichen Releases und ich kann mich noch erinnern dass ich das bei Rings of Power aber auch bei Acolyte immer wieder gesagt habe auch bei den anderen Serien das waren jetzt die letzten Beispiele ich habe gar keinen Bock nächste Woche zu gucken also ich werde gar nicht am Ende gehypt dass irgendwas passiert dass ich sage geil ich will jetzt zur nächsten Folge ihr mag den Sekt Niffhanger funktioniert nicht das genau darauf wollte ich hinaus wenn du mir viermal zeigst wie Galadriel vor den Orks gefangen wurde irgendwann bin ich nicht mehr hyped aber diese Serie schafft es weil du darfst dir auch nicht immer nur teasen du musst dir auch immer den Payoff geben und die Serie schafft es uns einen gewissen Payoff zu geben aber dann entweder was Neues aufzumachen worauf wir hyped sind oder genug offen zu lassen dass wir sagen ey okay ich würde am liebsten direkt weiter gucken und das ist schon stark ich tue einfach mal so als hätte ich das jetzt lagfrei gehört aber ich glaube ich weiß was du meinst ich glaube ich kann das aber in einem Satz ein bisschen besser zusammenfassen es ist fast so als hätten die Autoren ihren Job gemacht und jede Folge hätte Story so sieht es aus so sieht es ja aus also die Serie macht es gut die Autoren machen es gut und ja wir haben Spaß ich sehe übrigens gerade im Abspann Sevica heißt die linke Hand von Ah stimmt der Name wird doch wird doch gesagt ja dann sind wir doch aber durch oder nicht wir sind durch ja gut dann schreibt uns gerne in die Kommentare was ihr von Arkane Folge 5 haltet wir haben noch vier Folgen vor uns das heißt ihr habt noch vier Rewatch Videos vor euch freut euch auf die wir ranken ja am Ende die Figuren willst du vielleicht mal sagen wo du diese Folge hier ein ranken würdest ist es so ein steigender Prozess oder hat es so Höhen also Folge 3 ja mochtest du bisher nicht so aber seitdem ist doch ein steigender Prozess jetzt oder ja also ich fand Folge 2 fand ich sehr 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 gut also ich sag Folge ne Folge 1 ok warte ich sag ich glaube die ist sogar echt Platz 1 oder 2 so ja so oder Platz 3 Folge 4 fand ich richtig gut ist auch in den Top 3 und Folge 1 ist in den Top 3 so das waren für mich meine drei Favoriten bisher Folge 1 und Folge 2 und jetzt Folge 2 war gut aber ich fand Folge 1 besser ok so so also ja und Folge 3 Folge 3 war ja auch nicht schlecht ich hatte halt nur so ein Problem mit dem Ende aber sonst war Folge 3 natürlich auch krass dann bekommen wir die den großen Chaos oh Gott es geht zu Ende mit mir der Hustanfall wieder wir haben Viktor hier im Discord es geht zu Ende mit mir wo ich meine Krücke ne ey du wolltest nicht den Windlandsager Swap haben meinst du ähm was für ein Windlandsager was erklär mal Windlandsager Swap dass der große krasse Kämpfer ausgetauscht wird äh uft ah genau 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 oh du hast es sogar gemerkt Kinder übernehmen stark du hast es sogar gemerkt was ich da erzählt habe ey ich hab Windlandsager auch gesehen du hast Windlandsager auch geguckt ja natürlich warum erfahre ich das jetzt hier in so einer Aufnahme einfach ja keine Ahnung du hörst mir nie zu nein ich höre es einfach wieder nie zu okay ähm gut dann lassen wir euch jetzt dann lassen wir euch jetzt äh gehen und geben euch mit schaut okay aber schaut auch Windlandsager das Licht ist das okay der kommt hier wirklich dem Licht immer näher da drüben ich muss was trinken ey mach das lass den Abo da haut rein bis zum nächsten Mal ciao ciao das Licht das Licht